Herzlich willkommen zu Urknall-Wähltoll und das Leben. Weiter geht's mit einer Vorlesung von Ilmar Junker in der Reihe Astronomie Grundlog. Ja, es geht jetzt um den astronomischen Erkenntnisprozess. Wie gewinnen wir unsere Erkenntnisse? Woher wissen wir das, was wir wissen? Weil bei vielen Dingen, da kann man ja schlecht rausfahren und mit dem Maßstab nachmessen. Und wenn man das historisch anschaut oder generell, ich meine, dieser erste Satz aus der Beobachtung ein Modell ableiten, das gilt auch heute noch. Das ist der Naturalismus. Wir machen irgendeine Beobachtung, machen ein Modell und testen das Modell. Und historisch war das so, wir sind im Mittelpunkt, wie hier im Hintergrund, da haben wir die Sternwarte. Da sehen wir, wie die Sterne einfach irgendwo aufgehen und dann hier irgendwo wieder untergehen. Scheinbar dreht sich alles um uns. Wir sind der Mittelpunkt. Das war auch religiös unterstützt. Mensch als Krone der Schöpfung, das passt zusammen. Alles ist gut. Nur wenn man dann genauer untersucht, genauere Messungen macht, ist es nicht so einfach. Weil wenn ein Planet quasi dort steht, geht er zwar aufgrund der Erddrehung irgendwann auf die andere Seite. Aber wir wissen auch, wenn ein Planet jetzt in einem bestimmten Sternbild steht, dann geht er im Laufe der Zeit, wandert er zurück. Und dann macht er drei Wochen im Jahr Spaß, geht wieder falsch rum und geht dann wieder vorwärts. Ja, wie will man das erklären mit Umdrehung um die Erde? Dann hat man es immer komplizierter gemacht, weil man das Modell nicht verbessern wollte, konnte, durfte. Die katholische Kirche hat auch nicht unbedingt geholfen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Also Kirchenvertreter, der Kardinal hat es abgelehnt, durch Galilees Fernrohr zu schauen, weil er sagt, alles Teufelszeug, das kann nicht sein. Und hat quasi die Augen verschlossen vor dem neuen Weltbild. Und dann seit Galilei, seit dem 17. Jahrhundert, haben wir wirklich naturwissenschaftliche Methodik, die sehr scharf ist und die uns so weit gebracht hat, wie wir heute stehen. Und wie sieht diese Methodik aus? Also hier könnte ich auch schreiben, naturwissenschaftliche Vorgehensweise, weil Astrophysik ist natürlich Naturwissenschaft. Wir machen ein Experiment. Ich nehme einen Kuli und lasse den fallen. Und den lasse ich aus verschiedenen Höhen fallen und dann stelle ich fest, der fällt immer schneller. Dann mache ich eine Verallgemeinerung und sage, ah, wenn ich ihn noch viel höher mache, fällt er noch schneller. Und dann habe ich quasi aufgrund dieser Verallgemeinerung ein erstes Gesetz, ein Modell, eine Theorie, was das Fallen von Kugelschreibern auf der Erde beschreibt. Und jetzt kann ich eine Vorhersage machen. Ich gehe aufs BMW Hochhaus in München und lasse den Kuli fallen. Wie schnell ist, wenn er unten ankommt? Stimmt jetzt meine Vorhersage gut? Oder stimmt sie nicht? Dann ist meine Theorie in irgendeiner Form falsch, muss zumindest korrigiert werden. Oder vielleicht gibt es eine bessere Theorie. Also im Fall des Kugelschreibers würde ich dann vielleicht den Luftwiderstand dazunehmen, während ich hier im Labor den Luftwiderstand guten Gewissens vernachlässigen kann. Und das ist eine Methode, wie wir auch Astronomie machen. Nur was ist das Experiment? In der Astronomie werden ja keine Kugelschreiber fallen gelassen. Deswegen ist hier so ein schönes kleines Sternchen dran. Ein astronomisches Experiment ist halt eine Beobachtung mit dem Auge, mit dem Fernrohr oder mit Hilfe eines Raumschiffes. Wir analysieren das Licht. Wir analysieren, wie der Himmelskörper seine Position verändert. Und das wäre das Quasi-Experiment, was wir hier durchführen. In der Astronomie haben wir nur manchmal das Problem, die Experimente lassen sich nicht so einfach wiederholen. Da sind wir dann manchmal ein bisschen einfach auch darauf angewiesen, dass ein Event sich vielleicht wiederholt. Wie zum Beispiel, wenn wir einen Exoplaneten entdecken, dass der seinen Himmelskörper öfter mal bedeckt und dadurch das Licht schwächer wird. So als Beispiel. Gut, was jetzt hier auf der Tonspur war, das finden Sie hier auch auf der Folie. Wie wir allgemein naturwissenschaftliche Gesetze formulieren, wie wir Vorhersagen machen, wie wir sie überprüfen und dann die Gesetze korrigieren. Ja, welches sind die Träger der astrophysikalischen Information? Es ist das Licht im Wesentlichen oder die elektromagnetische Strahlung, die von den Himmelskörpern kommt. Und wir beobachten von der Erde aus dem Erdorbit oder manchmal auch von Raumschiffen, die wir hinschicken. Raumschiff, das auf dem Mars landet oder was in einer Umlaufbahn um den Saturn ist. Was aber schon fast die Ausnahme ist, astronomisch, weil es ja nicht so einfach ist, da hinzukommen. Eigentlich haben wir zwei Hauptinformationen. Das eine ist, wie die Position des Gestirns sich verändert. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Planet sich bewegt in eine Richtung und dann, wenn der Spaß zu Ende ist, wieder in die andere Richtung. Was können wir da für Rückschlüsse draus ziehen? Und wie können wir das Licht analysieren? Der Licht, das Licht ist der Träger ganz wichtiger Information. Das Licht, das sind Photonen, elektromagnetische Strahlung mit gemeint. Zusammen mit dem Josef Gassner haben wir mal für einen Vortrag, den er vor ein paar Jahren hier gehalten hat, den wunderbaren Titel gewählt. Der kosmische Barcode der Erkenntnis. Das ist nämlich das Spektrum, die Spektrallinien, die man untersuchen kann. Und da steckt halt ganz viel Information drin. Aber nicht nur im sichtbaren Licht, in allen Wellenlängenbereichen. Dann gibt es noch eine Quelle. Das sind Teilchen. Das ist schon was Besonderes. Das ist schon ein bisschen exotisch. Wir können Neutrinos beobachten von der Sonne, von Supernova-Explosionen. Wir haben gelateten Teilchen der kosmischen Strahlung. Die sind auch gerade erst mal seit 100 Jahren bekannt. Jetzt relativ neu. Gravitationswellen. Das sind streng genommen keine Teilchen. Das ist eine andere Form von Wellen. Und wir können natürlich auch Staub und Meteoriten beobachten, die auf die Erde fallen. Das sind eigentlich die Hauptträger der Informationen. Ja, dieses elektromagnetische Spektrum. Das ist ein Bild, das haben bestimmt viele von Ihnen schon mal gesehen in der Schule, im Physikunterricht. Und zwar ist hier das gesamte elektromagnetische Spektrum aufgemalt und hier oben ein bisschen rausgezoomt. Das ist für den Menschen sichtbarer Spektrum. Das Licht. Schön aufgesplittet in die Regenbogenfarben. Wie das beim Regenbogen passiert. Da wird das sichtbare Licht der Sonne in blau, grün, gelb, orange, rot aufgesplittet. Das sind die einzelnen Farben. Hier untersteht die Wellenlänge. 400 bis 700 Grad Nanometer. Und also ungefähr ein halber Mikrometer. Ein halber Mikrometer. Das ist die Mikrometer. Das ist die Wellenlängeskala. Hier sehen Sie. Ein halber Mikrometer plus minus ist sichtbares Licht. Aber diese Skala ist sehr lang. Es gibt Röntgenstrahlen. Die kennen wir alle vom Zahnarzt. Es gibt Gammastrahlung. Das ist eine gefährliche Strahlung, die die Astronauten gefährden könnte. Es gibt UV-Strahlung. Die kennen wir vom Sonnenbrand. Dann gibt es Infrarotstrahlung. Wärmestrahlung kennen wir von der Heizung. Dann gibt es die Mikrowellen. Die kennen wir von Kochgeräten. Dann gibt es UKW. Wenn Sie Radio Scharivari, Bayern 1, Bayern 5 hören. Das sind dann Wellenlängen im Meterbereich. Also so Radio Scharivari Rosenheim hat so eine Wellenlänge von 3,20 Meter ungefähr. Deswegen sind auch typischerweise die Atennen so 80 Zentimeter lang. Das ist ein Viertel dieser Wellenlänge. Und es geht dann noch weiter in wesentlich längere Wellenlängen. Und das ist ein ganz großes Spektrum, was wir astronomisch mittlerweile verwenden. Historisch hatten wir nur das sichtbare Licht. Heute alle Wellenlängen. Und die, die die Erde nicht erreichen, weil die Erdatmosphäre den Durchgang verhindert, die beobachten wir dann von Satelliten, zum Beispiel in der Erdumlaufbahn. Und seitdem wir das mit allen Wellenlängen machen, also ich sage mal, das ist vielleicht seit 50 Jahren. Also ich sage mal so, wir haben angefangen mit dem sichtbaren Licht. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann hier die Radiowellenlängen dazugekommen. Und danach, nach und nach alles andere, hat sich das Wissen über das Weltall wirklich vervielfacht. Und das Tolle ist, dass diese ganzen Informationen, die Puzzlestücke, super ineinander passen. Und das hilft natürlich in diesem Erkenntnisprozess. Ja, hier ist es nochmal anders, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Dieses Spektrum, hier visible, das sichtbare. Dann das infrarote Mikrowellenradio, UV, Röntgen, Gamma, so die Hauptwellenlängenbereiche. Und hier ist einfach mal erklärt, wie beobachten wir das denn astronomisch? Gamma und Röntgenstrahlung, da brauchen wir Satelliten in der Erdumlaufbahn. Weil diese Strahlen erreichen uns nicht. Gott sei Dank nicht, weil die auch durchaus ein bisschen gefährlich sind. Und Mutationen verursachen können, Krebs verursachen können. UV-Strahlung, das geht dann zum Teil auch aus der Erdumlaufbahn oder aus von höheren Standorten auch schon von der Erde. UV-Strahlung kommt ja durch, das kennen wir, wie gesagt, vom Sonnenbrand. Sichtbare Sicht ist klar. Das können wir halt mit unseren Teleskopen auf der Erde oder auch Hubble-Weltraumteleskop aus dem Weltall. Infrarot geht von hohen Bergen von der Erde oder besser auch aus der Erdumlaufbahn. Und was wieder gut ist von der Erde, ist Mikrowellen- und Radiowellenlängen. Da gibt es so Großteleskope, die auf der Erde stehen, mit denen wir diese Strahlen aus dem Weltall aufnehmen und untersuchen können. Und klar, das Radiowellenlängen-Gen ist Logo, weil sonst könnte man sich ja nicht mit den Astronauten auf der Raumstation irgendwie unterhalten. Sonst würde man da keine Informationen kriegen. Also Sichtbares und der Radiobereich, das ist der, der durch die Atmosphäre durchgeht und die anderen nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht.